Wie viele Kilo? Protein? Ja, was ist das? Wissen Kilo? Wissen Kilo? 30? Das ist ein Mann. Es ist von etwa 8 bis 12 Kilo. 8 bis 12 Kilo wiegt so ein Ding? Es ist weil sie sehr holl. Die Knochen sind sehr, sehr mit bessererem Luftgefühl. Wenn man denkt an eine Aero-Schokolade genau so sieht das aus. Aero-Schokolade, das ist wie die Knochen sieht. Sehr, sehr holl. Wenn man sich an die Kilo anschaut, ich glaube, dass es eine Frau, ist es? Wie ist es, wie sie kommen? Wie ist es, wie sie kommen? Es ist, wie sie kommen. Die Frau, 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 ist ungefähr 20 Kilo von Also ein Menschchen und Weibchen. Kilogramm Unterschied ist relativ groß. Bei Babu, wissen wir, die者 vom Arbeitnehmer nicht genau, das ist natürlich schwierig.